Wir Pankorinnen und Pankor warten seit Jahren auf das Ende des Fluglärms. Tegel muss dauerhaft geschlossen werden. Der von FDP, CDU und AfD unterstützte Vorstoß, Tegel offen zu halten, ist unverantwortlich. Laute Flugzeuge fliegen hier direkt über Kitas und Spielplätze. Lärm macht krank. Das darf so nicht sein. Deswegen trete ich ganz entschieden für die Schließung des Flughafens Tegel ein. Unterstützen Sie mich dabei. Geben Sie mir Ihre Stimme am 24. September.